hallo willkommen auf meinem kanal ich bin sabrina hier habe ich ein kleines karat art bild mit wachs und waschi tape pinzette und schiffchen brauche ich euch nicht zeigen ich denke das habt ihr alles da ich finde aber die aufmerkung mit dem herzen und mit dem band sehr schön das war ein probebild konnte ich mir aussuchen damals als ich bestellt habe das bild hier hat 21 farben sind hunde steine und ist ein bisschen halloween lastig obwohl bis sie mit schmetterling wenn ihr das erkennen könnt ich hole euch mal näher ran ich zeige euch auch gleich die farben ich finde den druck wunderbar das kann man alles gut erklären was hier ist es bei der legende dass die symbole alle unterschiedlich sind wir haben hier buchstaben und dann fangen gleich die sonderzeichen an dann kommen wieder zahlen und buchstaben sonderzeichen alles ein bisschen durcheinander so nehme ich euch wieder raus und zeige euch ein paar farben haben ja extra verpackt große und kleine tütchen wir haben hier das die wahrscheinlich für den hintergrund und dann die bunten steine für die blübchen und das gesicht ich hoffe es knistert euch nicht so doll viele orange gelb töne grüntöne ein bisschen blau und ein bisschen beige genau das war's schon mit dem kleinen bild von karatat wenn euch das gefallen hat dann lasst mir doch schnell einen daumen nach oben wenn ihr mehr über meine hobby wissen wollt dann abonniert mich doch dann verpasst ihr kein video wenn es rauskommt ich würde mich darüber sehr freuen liebe grüße bis dahin tschüss